Ciao Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ihr habt es schon im Titel gelesen, heute gibt es ein neues Rank auf meinem Kanal. Das Ganze ist von meinem Stream. Denn Freunde, wir haben gestern im Stream wieder richtig viele Punkte plus gemacht. Wir sind jetzt gerade bei 3810 MMR, also 190 Punkte fehlen. Dann sind wir Platin 1. Ich habe krank Bock auf das Ganze. Kommt unbedingt gerne heute im Stream, falls ihr gerne den Up-Rank nicht verpassen wollt. Also wir versuchen es auf jeden Fall. Wir wissen natürlich nicht, ob es klappt. Wir versuchen es aber und ja, am Anfang verlieren wir immer so ein paar Runden. Aber danach gewinnen wir immer echt richtig, richtig. Also eigentlich alle danach, aber am Anfang läuft es irgendwie immer ein bisschen komisch. Warum auch immer. Egal. Auf jeden Fall, das Ganze ist jetzt von dem Stream, wo wir auch einfach sozusagen Road to Platin 1 gemacht haben. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein kostenloses Abo für die ganzen neuen zukünftigen Videos. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß hier bei dem Rank. Let's go! Das ist einfach ein Echo und noch einer links. Ja, warte. Ja, unten ist es weggeburnt. Einer steht unter dem Hedge. Smoke, das Ganze jetzt zu. Oh man, das Liga. Smoke ist gebrobt. New Hedge, Alter. Smoke tot. Kommt nur mit 30. Ja! Einer Ingent unten, Lobby. Jäger ist einer, Jäger ist einer. Wir holen den Ingent unten. Paul, direkt links. Über dir ist einer. Über dir ist einer. Er ist low. Guck mal, oben links. Er wird sich abämmen. Wo ist er? Geh geradeaus und dann links rein. Er wartet nicht. Kurz ruhig, kurz ruhig. Er wartet sogar da. Kurz ruhig, kurz ruhig. Er hilft gerade, Lobby sein Metro. Noch einer. Wildbank links vielleicht? Wildbank links. Du kannst ihn mit deine Twitcher untersuchen. Er hat 20 AP. Er wurde revivet. Wenn ich noch einer habe. Smoke war das. Ja, Smoke war das. Smoke ist tot. Da ist er. Nein. Hä, Smoke ist tot? Hm. Wer hat den gekriegt? Geh, jub den nicht. Hüb den halt echt nicht. Das ist wie die Bank noch. Der war 47. Sie haben Taylor mitgezogen. Ethan Whitezans. Wurde gespottet. Genau jetzt pusht er. Ey, das Timelack ist anders insane. Holy shit. Die ganze Zeit gucke ich da. Die ganze Zeit gucke ich da. Und genau dann, wenn ich hochgehen will, genau dann piekt er. Run out Manifrance. Kev. Mein Elm. Ich habe das nicht verdient, ihn zu töten, wirklich. Soll ich dich töten, Tony? Nein, bitte nicht. Wenn du mir viel abstaubst, das tut viel mehr weh. So, ich, die euch machen einen One-Tip, Alter. Die euch machen einen One-Tip, Alter. Digga, erst mal einen One-Tip gemacht, denn da habe ich ihn. Der Abuser ist nicht out-cured. Die haben Frost. Ey, einer ist Lobby, glaube ich. Ey, benutzt mich jetzt Bade, benutzt mich jetzt Bade. Mach ich gerade. Alter. Ein Bandit war, glaube ich, Lobby. Ja. Da links ist einer, Memo. Wo, Junge, wo? Links. Lobby, Lobby, Lobby. Wo, soll ich ihn von Lobby sehen? Warte, ich sehe ihn. Ich ping, ich ping, ich ping ihn. Ja, ich will mir den jetzt, Digga. Ja, boah. Schön, Goyou. Er ist der Engelgriff drauf. Planted, sehr ruhig, sehr ruhig. Er ist gedroppt vom Hedge. Holy shit, ist da ein Hedge! Ey, ja, da ist ein Hedge, Memo. Der war aber nicht markiert. Nicht deswegen. Ja, der ist weggefahren, oder? Da piekt einer vom Bakery. Ja, da ist ein Goyou, da ist ein Goyou. Also, da hat jemand ein Goyou-Chill. Wenn du da rein dingst, kann er sterben, Paul. Blaze, hast du Claymore? Ja. Komm mal, zieh mir nach oben. Ganz oben? Platzier mal, ja, ne, ganz, ganz links. Ja, ja. Ich habe da zweimal aufgeschlagen, der wird runouten, wenn wir auf dem Planeten gehen. Ja, ja, okay. Er bei Equal ist keiner. Paul, du kannst hier Dings reinmachen, das ist der Goyou-Tot. Yong-Toyo ist links-Toyou-Chill. Schön, aber es wenigstens trotzdem wird wieder. Noch eine, noch eine, noch eine. Alter, einer, einer. Bro! Kurz ruhig, kurz ruhig, kurz ruhig. Kurz ruhig, kurz ruhig. Einer close links, ja? Und einer geradeaus durch, Kavira. Schön, da war noch einer. Kannst du ihn auch holen. Geradeaus durch, Kavira. Einer, ja, papa. Ganz geradeaus durch. Noch einer, noch einer, noch einer. Guck dir, guck dir, guck dir. Einer injured, ist nur einer. Nur die Kav. Nein, geht rein, geht rein. Aimt ab. Die bist wahrscheinlich jetzt aufside. Keiner am Satt ist wahrscheinlich. Ich plante, cover mich. Aim auf die Tür da, ja. Genau da. Kommt hier, kommt hier rechts von mir. Nein! Paul, hör, du was ist da? Digga, Paul, Alter. Digga, ich habe gerade gedacht. Ich habe gerade gedacht, du schaffst es nicht mehr, mich zu coverern, Digga. Oh, guck dir das an. Warte, ich aim auf. Ey, Amaru, oben, inside. Skylight. Skylight, Skylight, Skylight. Ich fick euch. Nein, Digga. Es ist einer Mainstand. Neh mal ruhig, Digga. Ich habe ihn deswegen. Ich habe ihn deswegen. Wo war ich? So als Bait genutzt. Einer war Skylight. Ne, Nomad, Skylight. Ist down. Amaru ist down. Da ist auch ne Nomad oben. Halt mal White-Stats, halt White-Stats. Okay. Einer noch, einer noch, äh, oben. Skylight, wie gesagt. Muss kurz nachladen, dann noch. Einer ist hier, Zigar-Window, macht das gerade auf. Nein, ich spritzt das jetzt. Da hinten, da hinten ist einer, inside, Jungs. Genau da hinten. Ja, Nomad hier. Oben, äh, ja doch, Nomad oben, noch Skylight. Einer Main-Stats, glaube ich. Cam, ich steh doch hier. Ja, ich bin nur ein Meister, Cam. Weil hier sicher ist. Der stellt euch doch nicht genau vor mich. Pass auf, unten Main-Stats kann auch sein. Drohne kommt wieder rein. Hinter dir, Mundo, ja. Ash ist ein Zigar, low. Da sind zwei drin. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Äh, da wurde auf jeden Fall Zigar aufgemacht. Der ist da, glaube ich. Genau da in der Ecke. Bei dem Drone-Holder. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Wie gesagt, ich will keine Fake-Calls sagen. Oh, Digga, ich hab's noch ein. Ja, das ist Red, Red, das ist das. New Hedge, New Hedge. Till, okay, komm zurück, komm zurück. Der stirbt an der Smoke, glaube ich. Komm bitte zurück. Ja, ist egal. Ja, dann wird er vielleicht gleich weit kommen. Dann wird er gleich wahrscheinlich von weit kommen. Er ist hier bei mir. Bitte spielt safe, Jungs. Wenn ihr euch beide holt, ist es wieder one-on-one. Danke. Bitte, Trone. Hier ist ein, da ist ein Thatcher hinter dem Wagen. Und ein Sledge ist das, der pre-fired da jetzt hin. Die ganze Zeit. Ist jetzt linke Seite. Der hat einen Nate, der hat einen Nate, geht da weg. Was tut? Wir haben leider keinen Dock mehr. Der Sledge steht da auf jeden Fall immer noch. Der ist da auf jeden Fall. Der hat mich gespottet, okay. Ab die. Schön. Ist der Jet, ist der Jet draußen? Mir fühlen sich meine Hände an, das ist komisch. Ich kann ihn nur mit Türen. Ich habe keine Kraft mehr. Wie? Stirbt er nicht? In dem Auto. Ich kann ihn flaschen. Mein Korrektor? Ein nach B. Ich kann ein nach B. Ich kann ein nach B. Paul, du musst das hier halten, ja? Hier. Musst du halten. Und es geht auf. Wir halten das hier, wir halten das hier, Juju. Wir sind hier zur Zeit. Ich halb dir gemäß, oder? Ja. Komm einfach. Dude, what the fuck? Wie siehst du die? Ich habe die EF-O-E-Blu dann. Echt jetzt? Nein, Spaß. Ich halb ruhig, 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 ruhig. Ich habe die Amaru injured, ist down. Der war ja völlig lost, der Typ. Don't eat. Nochmal ist down. Okay, du hältst linke Seite, halte ich rechte Seite, Paul. Komm schon. Unser Punkt. Ich will gerade eigentlich ein Play machen, ich versuch mal was, Jungs. Ne, ne, mach das nicht, bitte. Komm, mach nicht mal auf Becker drauf. Hier kommt einer, hier kommt einer. Hier kommt einer. All right. Main down. Die Füße liegt hier. Die Füße liegt hier auf Pink. Liegt genau hier auf Pink. Der ist der, der ist der, der ist der. Der ist der, der ist der. Der ist der, der ist der. Ja, hier ist die Twitch. Immer noch Main Hall. Digga, wenn ich es nicht schaffe, sie so zu holen, digga, dann fass ich aus. Täh. Bro, bitte? Bahnfrei Kartoffelbrei, Jungs. Auf geht's. Let's go. Arme, mein Freund. Let's go, Digga. Hui. Ich bin voll. Dann war hier die Jäger-Animation oder was? Auf ganzem Schwand. Hast du jeden Elite-Skin? Ne, ne, ich hab nicht jeden. Aber genug. Digga, voll die Raucher-Lunge, der Jäger. Nice, nice rank auf jeden Fall. Danke, Jungs.